Der Boden ist uneben, manchmal ruht ich auch, aber es macht mega Spaß. Das ist gar nicht kalt, es ist warm, die Badewände. So schön, wir kommen ein bisschen dicht, hier ist gesperrt. Ich glaube von da drüber kannst du rüber laufen. Ja, aber jetzt kann man nicht. Hier ist alles gesperrt. Vielleicht vom anderen Seite, glaube ich. Schauen wir mal. Ich bin der Kerr für einen Ort. Ich bin der Kerr für ein Haft. Der Kerr ist mir nicht so schön. Ich bin der Kerr für einen Aufmerksamkeit. Ich bin der Kerr für einen Daumen. Zahneuntergang! Das ist überraschend, wie flach das Meer hier ist, an diesem Türkepfelze. Zahneuntergang! Wir haben Glück, wir haben die Sicilianer kennengelernt oder uns getroffen. Er hat uns gesagt, nach 18 Uhr, man darf eigentlich auf die Treppe, weil der Safeguard weg ist. Die Zahneuntergang! Und am Strand gibt es so viele. Und am Strand gibt es so viele. Hier kostet 20 Euro Shower mit heißem Wasser und Traffic mit diesem randenden Ding. Wonderful. Wow, das ist auch Service dabei. Das randende Ding. Erstmal in meinem Leben. Wow. Wow. Heute ist der 8. Mai 2023. Wir verlassen Scala da Turki und fahren nach Inna. Agrigento fahren wir durch. Es regnet sowieso. In Sizilien, Agrigento, Tempel de Valle. Wir möchten zu Lidl. Ja, C erreicht. Lidl ist da. Wir sind endlich außerhalb von dem Dorf. Ja. 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 Ja.